Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der internationalen Friedensordnung nach dem Ersten Weckkrieg an. Viel Spaß beim Video. Die Reparationen und wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs waren zentrale Themen der Nachkriegsordnung und hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Länder, insbesondere auf Deutschland. Der Vertrag von Versailles, der am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde, legte fest, dass Deutschland erhebliche Reparationen zahlen musste, um die immensen Kriegsschäden der Alliierten auszugleichen. Diese wirtschaftlichen Belastungen und ihre Folgen prägten die Zwischenkriegszeit und trugen zur politischen und sozialen Instabilität BI, die schließlich den Aufstieg des Nationalsozialismus begünstigte. Die Reparationsforderungen an Deutschland wurden in Artikel 223 des Vertrags von Versailles festgelegt. Deutschland wurde als Hauptschuldiger des Krieges verantwortlich gemacht und musste die Kosten für die Schäden, die der Krieg verursacht hatte, tragen. Der genaue Betrag wurde zunächst nicht festgelegt, sondern sollte von der neu gegründeten Reparationskommission bestimmt werden. Im Jahr 1921 wurde der Betrag schließlich auf 132 Milliarden Goldmark festgelegt. Eine enorme Summe, die die deutsche Wirtschaft erheblich belastete. Die Reparationszahlungen wurden in Form von Geld, Rohstoffen und Sachleistungen erbracht. Deutschland musste unter anderem Kohle, Holz, Eisen und andere Rohstoffe liefern, um die Zerstörungen in den alliierten Ländern zu kompensieren. Diese Zahlungen führten zu erheblichen wirtschaftlichen Problemen in Deutschland. Die Belastung durch die Reparationen trug zur Hyperinflation in den frühen 20er Jahren BI, als die deutsche Währung drastisch an Wert verlor und die Preise für Güter und Dienstleistungen in astronomische Höhen schossen. Diese wirtschaftliche Instabilität führte zu massiver Armut und Arbeitslosigkeit und schuf ein Klima der Unsicherheit und Unzufriedenheit. Um die deutschen Reparationszahlungen zu erleichtern und die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen, wurden mehrere internationale Maßnahmen ergriffen. Der Doors-Plan von 1924 war ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Der Plan sah eine Reduzierung der jährlichen Reparationszahlungen und die Aufnahme internationaler Kredite vor, um die deutsche Wirtschaft zu stabilisieren. Die USA spielten eine entscheidende Rolle, indem sie Kredite an Deutschland gewährten, die dazu verwendet wurden, die Reparationsforderungen zu bedienen und gleichzeitig die deutsche Industrie wieder aufzubauen. Der Doors-Plan trug vorübergehend zur wirtschaftlichen Erholung Deutschlands BI und milderte die schlimmsten Auswirkungen der Inflation. Trotz dieser Bemühungen blieben die Reparationszahlungen ein ständiger Streitpunkt und eine Quelle internationaler Spannungen. Der Young-Plan von 1929 versuchte, eine langfristigere Lösung zu finden, indem er den Gesamtbetrag der Reparationen auf 51 Milliarden Goldmark reduzierte und die Zahlungsfrist auf bis zu 59 Jahre streckte. Doch die Weltwirtschaftskrise, die Ende der 20er Jahre begann, machte diese Pläne zunichte. Die globale wirtschaftliche Rezession traf Deutschland hart und führte zu einer erneuten Verschärfung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die Belastungen durch die Reparationen trugen wesentlich zur politischen Radikalisierung in Deutschland BI. Viele Deutsche empfanden den Vertrag von Versailles als ungerecht und demütigend und die Reparationsforderungen wurden als Ausdruck dieser Ungerechtigkeit gesehen. Diese Stimmung wurde von politischen Extremisten, insbesondere der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP, ausgenutzt. Adolf Hitler und seine Anhänger propagierten die Revision des Vertrags von Versailles und die Wiederherstellung der deutschen Ehre. Die NSDAP konnte so eine breite Unterstützung gewinnen, die letztlich zu ihrem Aufstieg an die Macht führte. Die wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs beschränkten sich jedoch nicht nur auf Deutschland. Auch andere europäische Länder waren von den Kriegszerstörungen und den wirtschaftlichen Nachwirkungen betroffen. Frankreich und Belgien, die zu den Hauptgeschädigten gehörten, standen vor der schwierigen Aufgabe, ihre zerstörten Industrien und Infrastrukturen wieder aufzubauen. Die britische Wirtschaft, die stark vom Krieg beeinträchtigt war, musste sich ebenfalls erholen. Die Reparationszahlungen, die Deutschland leisten musste, waren zwar als Wiedergutmachung gedacht, führten jedoch zu weiteren Spannungen und Konflikten innerhalb Europas. Die internationale Wirtschaft litt auch unter den Handels- und Finanzbeschränkungen, die der Krieg mit sich gebracht hatte. Der Zusammenbruch des internationalen Handels während des Krieges und die anschließenden wirtschaftlichen Barrieren beeinträchtigten die globale Wirtschaft. Die Handelsströme mussten neu organisiert werden und viele Länder waren gezwungen, autarkere Wirtschaftssysteme zu entwickeln, was das Wachstum und die wirtschaftliche Zusammenarbeit behinderte. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Der Umgang mit den ehemaligen Kolonialgebieten nach dem Ersten Weltkrieg war ein komplexer und kontroverser Prozess, der tiefgreifende Auswirkungen auf die internationale Politik und die betroffenen Regionen hatte. Der Krieg hatte nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Landschaften Europas verändert, sondern auch die kolonialen Strukturen und Machtverhältnisse weltweit erschüttert. Die Siegermächte standen vor der Herausforderung, die Zukunft der von den Mittelmächten verlorenen Kolonialgebiete zu bestimmen und dabei gleichzeitig ihre eigenen imperialen Interessen zu wahren. Der Vertrag von Versailles, der am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde, legte fest, dass die ehemaligen Kolonien Deutschlands nicht in die Hände der siegreichen Mächte übergehen sollten, sondern als Mandatsgebiete des Völkerbundes verwaltet werden würden. Diese Mandatsgebiete sollten von den Alliierten verwaltet werden, bis sie in der Lage wären, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Dieser Ansatz basierte auf dem Prinzip, dass die kolonialen Völker auf ihre Selbstverwaltung vorbereitet werden sollten, was eine gewisse Kontinuität des Kolonialismus unter einem neuen rechtlichen Rahmen darstellte. Die Mandate wurden in verschiedene Klassen unterteilt, abhängig von der Entwicklung und den vermeintlichen Fähigkeiten der betroffenen Gebiete zur Selbstverwaltung. Mandate der Klasse A, die hauptsächlich im Nahen Osten lagen, wie das ehemalige osmanische Gebiet Palästina, sowie die heutigen Länder Irak und Syrien, galten als Gebiete, die relativ bald die Unabhängigkeit erreichen könnten. Mandate der Klasse B, die sich hauptsächlich in Afrika befanden, wie Tanganyika, das heutige Tanzania und Kamerun, erforderten eine längere Zeit der Vorbereitung. Mandate der Klasse C, wie Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia und einige Pazifik-Inseln, wurden als Gebiete angesehen, die auf absehbare Zeit unter der Verwaltung der Mandatsmächte bleiben würden. Großbritannien und Frankreich waren die Hauptprofiteure der Mandatspolitik. Großbritannien erhielt Mandate über Palästina, Transjordanien und Irak, während Frankreich Mandate über Syrien und den Libanon erhielt. Diese Mandatsgebiete wurden in der Praxis wie Kolonien verwaltet und die Mandatsmächte nutzten sie oft zu ihrem eigenen wirtschaftlichen und strategischen Vorteil. Dies führte zu Spannungen und Konflikten in den betroffenen Regionen, da die lokale Bevölkerung zunehmend nach Unabhängigkeit strebte und die koloniale Herrschaft ablehnte. In Afrika führten die neuen Mandatsregelungen zu erheblichen Veränderungen. Deutschland verlor alle seine Kolonien, darunter Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun und Togo. Diese Gebiete wurden unter den Alliierten aufgeteilt, wobei Großbritannien und Frankreich die größten Anteile erhielten. Die Verwaltung dieser Gebiete durch die Mandatsmächte führte zu neuen administrativen Strukturen und oft zu einem harten Umgang mit der einheimischen Bevölkerung. Die wirtschaftliche Ausbeutung der Ressourcen setzte sich fort und die politischen und sozialen Strukturen blieben instabil. Ein weiteres bedeutendes Ergebnis der Mandatspolitik war die Schaffung neuer geopolitischer Realitäten im Nahen Osten. Die Auflösung des Osmanischen Reiches führte zur Entstehung moderner Staaten wie Irak, Syrien, Libanon und Transjordanien. Diese neuen politischen Einheiten wurden oft ohne Rücksicht auf ethnische, religiöse und kulturelle Unterschiede gezeichnet, was langfristig zu tiefgreifenden Konflikten und Instabilitäten beitrug. Die britische und französische Mandatsverwaltung versuchte, ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen in der Region zu sichern, was oft im Widerspruch zu den nationalen Bestrebungen der lokalen Bevölkerungen stand. In Palästina führte die britische Mandatsverwaltung zu erheblichen Spannungen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung. Die Balfour-Deklaration von 1917, die die Unterstützung für die Schaffung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zusicherte, führte zu Konflikten und Gewalt zwischen den beiden Gruppen. Die britische Verwaltung konnte die zunehmenden Spannungen nicht eindämmen, was zu einer Eskalation der Gewalt und letztlich zur Teilung des Gebiets nach dem Zweiten Weltkrieg führte. Der Umgang mit den ehemaligen Kolonialgebieten war auch von ideologischen Konflikten geprägt. Während einige Politiker und Intellektuelle die Mandatspolitik als einen Fortschritt hin zu einer gerechteren internationalen Ordnung sahen, kritisierten andere sie als Fortsetzung des Imperialismus unter einem neuen Deckmantel. Die Ideale der Selbstbestimmung und der nationalen Souveränität, die in Wilsons 14 Punkten betont wurden, standen oft im Widerspruch zu den praktischen Interessen der Mandatsmächte, die ihre politischen und wirtschaftlichen Einflusssphären aufrechterhalten wollten. Die Mandatsregelungen des Völkerbundes hatten langfristige Auswirkungen auf die betroffenen Regionen. In vielen Fällen führten sie zu einer Verstärkung der kolonialen Strukturen und zu neuen Formen der Abhängigkeit. Die wirtschaftliche Ausbeutung und die politische Unterdrückung setzten sich fort und die Versprechungen von Selbstverwaltung und Unabhängigkeit wurden oft nicht eingelöst. Dies führte zu wachsenden antikolonialen Bewegungen und schließlich zur Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine...